Hey, ich bin Chris von den WeAreNerds und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu WeAreWeekly, dem Wochenrückblick auf die VR-Welt. Auch in dieser Woche gibt es natürlich bei uns wieder die spannendsten News, also bleibt einfach dran. Viel Spaß dabei! HTC versucht Entwickler von dem eigenen Store zu überzeugen und ruft einen Wettbewerb mit einem Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar aus. Jede Anwendung, die in den Store eingestellt wird, kann theoretisch am Wettbewerb teilnehmen. Eine Jury, welche aktuell noch nicht bekannt ist, wird dann die Gewinner in fünf Kategorien Anfang 2017 wählen. Aktuell haben sich bereits 7.000 Entwickler für den HTC-Store mit dem Namen Viveport registriert. Der Viveport startete zunächst nur in China, doch wird ab Herbst auch weltweit verfügbar sein. HTC erlaubt aber eine parallele Veröffentlichung auf Steam und möchte mit dem Viveport auch R-VR-Erfahrungen in den Vordergrund stellen, die nicht direkt das Spielen als Kernelement besitzen. Damit möchte sich der Viveport etwas von Steam unterscheiden. Dennoch ist es wieder zusätzliche Software, die ihr auf euren Rechnern installieren müsst. Mit iForce VR taucht in dieser Woche ein neues VR-Headset auf Kickstarter auf, welches ein beeindruckendes Field of View von 210 Grad besitzen soll. Damit möchten die Entwickler dafür sorgen, dass ihr keine schwarzen Ränder mehr beim Verwenden einer VR-Erfahrung sehen könnt. Zudem ist ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3840x1080 Pixeln verbaut und ein Tracker für das Positional Tracking wird auch mitgeliefert. Stutzig macht aber vor allem das Finanzierungsziel von nur 50.000 US-Dollar. Damit sollte es das Unternehmen schwer haben, ein qualitatives Headset zu verwirklichen. Oculus und Fove haben immerhin direkt nach 250.000 US-Dollar gefragt. Dexter Robotics hat einen neuen Prototypen des Dexmo-Handschuhs gezeigt, der euch Objekte in der virtuellen Welt greifen lassen soll. Hebt ihr also ein Objekt in der virtuellen Welt auf, so erzeugt der Handschuh einen Widerstand, der nicht nur die Größe des Objekts emulieren soll, sondern auch dessen Festigkeit. Wenn ihr also eine Gummiente anfasst, dann habt ihr einen leichten Widerstand und die Gummiente lässt sich zusammendrücken. Wenn ihr einen Stein anfassen wollt, dann lässt sich dieser logischerweise nicht zusammendrücken. Außer ihr seid besonders stark. Für das Positional Tracking hat Dexter Robotics noch kein eigenes System und das Team verwendet derzeit einen HTC Vive-Controller. Da aber Valve das Tracking-Verfahren nun freigegeben hat, werden die Tracker in der nächsten Version vermutlich direkt am Handschuh angebracht sein. Kommen wir zu den Kurznachrichten. Es wurde ein dünneres Kabel für die HTC Vive gesichtet. Dieses hat wohl einen User als Ersatzteil bekommen. Der neue Formfaktor gefällt uns gut. Die PlayStation 4 Slim wurde geleakt und wird wohl das alte Modell demnächst ablösen. Eine Präsentation wird am 7. September erwartet. Wenn ihr also eine schicke neue Konsole für PlayStation VR sucht, dann könnte die PS4 Slim eine Überlegung wert sein. Außerdem könnte Sony am 7. September eine neue Version der PlayStation Move-Controller zeigen. Der Rechtsstreit zwischen Oculus und Zanimax geht weiter. Zanimax wirft Oculus vor, dass Palmer niemals das SDK ohne die Vorarbeit von Zanimax hätte entwickeln können. Außerdem habe Carmack Daten aus dem Unternehmen entwendet. Mal sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Leap Motion veröffentlicht eine neue Interaction-Engine, die das Greifen von Objekten verbessern soll. Gegenstände sollen mit der Engine nicht mehr aus der Hand rutschen. Das war es auch schon wieder mit We Are Weekly für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns immer sehr, 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 sehr. Und wir sehen uns dann einfach glücklich und zufrieden in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao.